Wow, geil, supi, sexy, buddy, ghost, bam, 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 sexy, läuft bei mir, ich bin bereit. Ist ja ein bisschen fett aus in dem Ding. Oder hab ich echt so Zugnamen? Wie der Knopf so spannend, richtig, das ist Wahnsinn. Oh yeah, Auftragskiller, hier ist der Zockkopf. Du bist auch ein sehr unauffälliger Auftragskiller mit deinen Tattoos, gell? Ja, ne, glaubt ja keiner, ne? Das ist wieder dasselbe Blödsinn, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, einmal ist gut, ne, dass man so Verschiedenes zeigt, aber... Dasselbe Käse, nur andere Location, das... Es tut mir leid. Ja, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie die Spiele das im Vorhinein aussieht, das ist immer so eine Sache. Wow, der ist auf dem Dach, der ist auf dem Dach, der ist auf dem Dach. Lass ihm knacken, ey. Ich hab ihn gerade gesehen. Lass knacken, da ist er ja. Servus! Oh mein Gott! Oh, ich hab ihn aber nicht getötet. Ich hab ihn zwar erwischt, aber nicht getötet. Oh, was? Und ich bin nicht mal gestorben. Perl? Hä? Was? Ihr läuft! Ach, ich hab doch... Ich hab ihn ja doch gekillt. Das hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich war zwar jemand anderes. Sieht mir mal, wie Badwurz auch passt. Hey, ich bin ja mal Verteidiger. Schau mal eine an. Läuf beim Badwurz. Glaub ich nicht. Das glaub ich gar nicht. Ich hab jetzt eine neue Taktik. Ich bleib einfach hier in dem... Oh Gott, ich hab eine Mütze an. Der sieht doof aus. Ich bleib jetzt einfach hier aus, hier drinnen in dem Haus und komm nicht raus. Und egal, was ihr macht... Nee, das ist ja langweilig, hä. So. Badwurz, der Cheater. Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Nein, nein. Ich kann hier nirgends holen. Nein, nein. Kann ich nicht? Nein, kannst du nicht? Badwurz, nein. Oh, Badwurz. Oh, ich kann ja gar nicht alle meine Waffen nehmen. Hier spricht die Polizei. Badwurz hat schon jemanden gekillt. Hey, Badwurz, böser Junge. Läuf bei ihm. Fett bist du geworden. Aber die Polizei hat gerade eben keinen Plan. Wollang? Nein. Ja. Verdammt. Von wo? Von oben und den links rechts. Der hat auch neben mich geschossen. Und das war's. Ich bin Verlierer. Komisch, dass wir vorhin zu viele Runden waren, man setzt zu wenig. Nee, das war nicht meins. Nee, das war nicht meins. Gut, die ganze Spieleliste ist nicht meins. Gebe ich ja zu. Offen und ehrlich? Gut. Und rennen. Na, endlich mal was Gescheits. Was Gescheits? Was Gescheits? Buschen. Boah, gut. Boah, gut. Boah, gut. Boah, gut. Boah, gut. Das ist wohl was Gescheits, gell? Na, was ist denn das da? Ach du Kacke. Das ist sicher nicht gescheit. Ich konnte auch jetzt nichts anderes auswählen. Läuft. Lass mal gut sein so, ne? Ja, das wird jetzt bestimmt richtig super. Lass knacken. Wer ist denn da noch nicht bereit? Die beiden, okay. Ach, no no. Das wird so cool, Leute. Das wird so cool. Neu, 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 Neu. Ich glaube, das wird jetzt schlimmer. Oh, wow. So schnell. Oh yeah, ich bin schon im Wasser. Oh, dann stoßt mich gleich einer an. Oh, wie soll ich denn da drüber kommen mit dem Wagen? Ich meine, so was fährt mir nicht, dem geht ja. Also ich halt nicht. Hey. Ach, verdammt, ich kann ja schon schießen. Wieso sagt mir das keiner? Läuft bei euch, zack. Und in die Lüfte. Tschüss. Ah, was macht ihr denn? Tschüss. Danke, das war jetzt ein Zockkopf oder was? Tschüss, hab ich gesagt. Ich bin dafür alle auf dem Zockkopf ab jetzt. Zum Glück hören die dich nicht, aber die sind sicher deiner Meinung. Ich bin echt ein unfairer Spiel. Eigentlich nicht. Ich nütze diese Möglichkeit. Jetzt hat er es gerade zugegeben und auf einmal komplett die Meinung ändern. Nö, eigentlich nicht. Zockkopf doch nicht. Zockkopf ist das Schwerste, was es gibt. Und er ist trotzdem nur Dritter, verstehst du? Das ist ja Wahnsinn mit dem. Wer ist Dritter? Du bist vielleicht Dritter, ich bin Erster, mein Freund. Was? Wie hast denn das gemacht? Ich bin nämlich nur Zweiter. Ja, läuft mein Zockki, hm? Lass knacken. Was? Wieso schieße ich nach oben? Wow. 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 Habe ich mich gerade selbst abgeknallt? Irgendwie so versucht, ne? Badwurzen, mach doch ein bisschen Platz. Wow. Aber bringt dir nichts, denn ich habe dich überrundet gehabt, mein Freund. Tja, du musst trotzdem ein bisschen warten, bis du wieder anfängst. Ich bin nämlich jetzt nämlich wieder hinter dir. Ja, Gott, jetzt bin ich Zweiter. Das war blöd. Ich habe den Checkpoint verkackt, nämlich kappt. Ah, da schießt einer. Nein! Verdammt, der hat meine Reifen plattgeschossen. Ach, ich fahre falsch rum dann auf einmal. What? What? Jetzt bin ich nur noch Dritter. Lass... Lass du's. Lass das ruhig dem Papa machen. Der Papa macht das gut. Wah, Gott, ich stehe blöd. Nein, warum stehe ich denn so blöd? Ne, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Leute, das ist doch nicht cool, das ist doch nicht cool. Das ist echt kacke, aber irgendwie witzig. Ah, wohl schein auf mich schießen, oder? Kann das denn die Möbel schießen? Nein, ich habe den einen abgeknallt, der auf mich geschossen hat. Oh, Gott! Auch zum Ballern. Ja, er ist... Super, er macht das richtig gut. Gott! Was soll denn das? War nicht die perfekte Krönung, ne? Ah, Landung. Easy going läuft bei dir. Gut, 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 gut. Abhauen, abhauen, abhauen. So, oh nein, 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 nein. Verdammt nochmal. Nein, ich bin runtergefallen. Ich war erster. Du warst erster. Doch, ich muss schreien. Bist immer noch erster, oder? Ja, nein. Wer ist denn jetzt erster? Da steht's doch, da steht's doch. Ja, knall mich ab. Aber wie ihr blöde absichtlich fragt. Ein, ein, ein Ding. Ist so, ein, schau dann an, schau dann an. Das ist ein Wahnsinn. Ah, der steigt aus und schießt von da oben. Wer macht denn so einen Schein? Oh Gott! Das ist echt fies, das ist echt fies. Das, Rico macht das immer. Tja. Ha! Platt ist er. Platt, wie ne Flüge. Ja, ich konnte nicht bremsen, sorry. War nicht mit Absicht. Oh, jetzt hab ich mich fast selber erledigt. Bedwood, du machst einen Fehler. Du machst einen riesigen Fehler. Oh no, 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 no. Ich glaub, du hast den Checkpoint. Ja, ich bin an irgendein Ding vorbeigefahren. Du hast den Checkpoint verpasst. Hab ich, ja. Wow, so glücklich schießt er mit Raketen daneben. Oh no, jetzt hat er getroffen. Aber ein Checkpoint? Ne, zählt nicht mehr für mich. Verdammt. Ach, es gibt neun Checkpoint. Jetzt? Geh weg, ne? Ah, Hilfe, Hilfe. Ah, der Typ, der mich abgeknallt hat, hat auch den Checkpoint verpasst. Das find ich so herrlich. Das ist so herrlich, Leute. Der Typ muss ne extra Runde fahren. Läuft bei ihm, ne? Wow, das war vorbei. Wow, Gott, 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 Gott. Jetzt blinkt er einfach nur. Servus. Ich bin so unfair, Leute. Also unfair eigentlich nicht. Darf man eigentlich gar nichts sagen. Denn ich nutze ja nur die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Also süß doch nicht. Darf ich jetzt nichts sagen? Ja, aber bald ist es lustig. Oh, der Einer hat verlassen. Stell mir das... Ah, schade. Der hatte die Schnauze voll anscheinend. Ne, ne, ich denke, der hat Internetprobleme gehabt, weil der hat die ganze Zeit so geblinkt und konnte nicht mehr fahren und was weiß ich. Nee, ist gleich auch bei vorbei. Gleich ist vorbei. Leute, gleich habt ihr es geschafft oder ihr habt es schon längst weggedrückt. Ich weiß es ja nicht. Ich war jetzt nur... Raketefallern. Gott, der eine wird mich jetzt so hassen. Ich glaube, das tun wir schon von Anfang an. Gott! Ich kenne mich gleich selbst. Er läuft beim Badwood, ne? Snackt uns beide weg. Das ist Wahnsinn. Tja, macht nichts. Muhaha. Muhaha. Ja, aber du hast mich eh schon fast überrundet. Ich denke, ich habe dich sogar schon einmal überrundet. Ahaha. Scheiße. Er läuft beim Badwood. Ich habe das Rennen gleich beendet. Das war jetzt... Du bist so toll. Ja, ich weiß. Bin der Beste. Niemand fährt mit seinem Golfcar wie ich, ne? Take it easy, bro. Läuft bei mir. Easy, no. Nein. Oh. Tschüss. Ah. Ich bin so ein Arsch. Läuft bei mir. Ja, ist er. Aber er hat es erkannt, zum Glück. Ja. Selbst Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, ne? Ja, wie viele Runden gibt es denn da? Was hat man? Das ist los, Mann. Könnt ihr mich jetzt mal bitte einmal um diese Kurve fahren lassen? Ja, morgen vielleicht. Ich weiß nicht, geht das? Ah Gott. Jetzt stupst er mich. Was war jetzt? Meine Raketen gehen nach oben. Wieso dies? Macht nichts. Ich bin erster. Zack. Wisst ihr, ich öffne noch einen Red Bull. Das ist leider mein Letztes. Zur Feier des Tages, meinst du? War ja sexy. Ich meine, das Rennen war jetzt an sich ganz lustig. Ja, das stimmt. Das war cool. Und ich komme nicht mal darüber. Ich gucke mal in Badwood zu, ne? Die Nachrichten. Badwood ist ein Wahnsinn. Er blickt im Auto herum. Das ist Wahnsinn. Ja, warte, dass ich ein bisschen hoch springe. Haa, nein. Ich dachte, ich kann jetzt... Haa, wir sich freuen und dann dennoch. Dennoch tu das. Ähm, warum kann ich mal mein Handy nix drücken? Ah, geht schon wieder. Geht schon wieder. Weil dann... Weil ich was? Sprich's ruhig aus, Badwood. Nix? Hab gar nichts gesagt? Wenn du deine Rechnung nicht bezahlt hast, fürs Handy. Ich bin nicht so unfair und warte, bis er hier hochkommt. Ich bin da flexibler wie er. Badwood. Jetzt müssen wir mal ernst sein, okay? Wer... Ja? ...ist dein Lieblings-Youtuber? YouTuber. Äh, das war... Achso, stimmt, du hast mir 100 Euro gegeben. Zockopf! Nee, nee, nee. Ernsthaft jetzt. Vielleicht interessiert das den Leuten. Das darf ich nicht sagen. Warum nicht? Weil vielleicht sind dann andere YouTubers sauer auf mich und... Nee, glaub ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber... Woppa, woppa! Jetzt werde ich doch noch ein Letzter. Ich muss warten, nämlich also. Sag doch. Kann der mal aufhören, auf mich zu schießen? Das ist unfair. So, dann schmuppst du dich noch runter und fahr durchs Ziel. Bei etwa, wie er versucht hat er, der Frage auszuweichen, ne? Das ist ein Unangenehm. Der sagt doch, wer dein Lieblings-Youtuber ist. Hä? Zieh dir doch den Hass auf das Internet aus. Wer ist denn dein Lieblings-Youtuber? Also, ich habe mehrere, kann man ehrlich sagen. Also, es ist so... Das Einzige, was ich gucke auf YouTube, sind ja nur Let's Plays und... Ja, ab und zu so Prank-Tingen-Star, aber das ist nicht wirklich... Aber von Let's Play-Tingen-Star habe ich... Quantum Pro. Holly LP. Wem noch? Kronk? Kronk gucke ich auch gern. Kommt drauf an was, ne? Ja, Kronk macht mehr Indie. Ja, ist schlecht, ey. Aber ich habe eh viele. Also, bei jedem, also... Ja, das ist bei mir auch so. Es ist so... Es kommt immer drauf an. Also, bei einem Let's Player mag ich, dass er dieses Spiel hier spielt, ne? Bei ihm finde ich das halt so cool. Und dann gibt es wieder ein anderes Spiel. Und das mag ich bei denen am liebsten. Also, immer so. Zack, 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 zack. Kommt immer drauf an, welches Spiel. Ja, aber ich kann dir schon mal gratulieren. Du hast die Spiele-Liste gewonnen. Boah, läuft bei mir. Jetzt siehst du. Wahnsinn. Und bei dir? Traust du es nicht sagen? Ja, das kann ich jetzt nicht mehr erklären, weil wir uns jetzt leider vorab schieben müssen, weil er die Spiele-Liste verweist. Ja, komm schon, das kannst du ruhig doch drin lassen. Ey, ich sag's dir in der nächsten... Im nächsten... Das ist so ein Pissar. ...Part kommen meine. Wer Angst kriegt... Nächstes Mal kommt dann meine Lieblings-Let's Player. Wer Angst kriegt, das zu sagen, ist ja nicht schlimm. Ja, ich sag's im nächsten Part. Oder ist schlimm? Ne, ich find's nicht schlimm. Na, du nicht. Ne, ich sag's dir im nächsten Part. Nichts, aber eher schon. Gut, ich schneid das alles raus. Okay, passt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, macht's gut. Ciao. Schönen Abend, schönen Morgen. Ciao. Träum süß. Hab dich lieb. Ciao.